Die neue Welle Im Handwerk gibt es aktuell deutschlandweit einen großen Aufschrei. Immer weniger junge Menschen interessieren sich für eine handwerkliche Ausbildung. Vor allem den Metzgern fehlen Lehrlinge. Wie sieht es bei uns in der Region aus? Im Interview Sven Herwerth von der Fleischer-Innung Karlsruhe-Bruchsal. Wie stellt sich die aktuelle Situation im Metzgerhandwerk dar? Ja, es ist jetzt allgemein, würde ich sagen, ein größeres Problem. Letztes Jahr in der Innungsversammlung war ein Vertreter der Krankenkasse und ich sagte, ah, Sie haben Probleme. Es ist jetzt nicht nur der Mann, der auf mich zukommt und sagt, es gibt in allen Bereichen. Im Bankenbereich, in der Ausbildung, der Gemeinde, der Verwaltung oder so, überall wird gesucht. Und so ist es mir auch betroffen. Wie viele Auszubildende fehlen denn dem Metzgerhandwerk aktuell? Derzeit sind 15 Lehrlinge im Fleischerberuf und 14 Verkäuferinnen bei uns in der Gewerbeschule Karlsruhe-Turlach. Das deckt sich dann mit dem Landkreis Karlsruhe, das Einzugsgebiet von den Auszubildenden, die dorthin müssen. Und ich denke, Potenzial wäre nach oben noch, ja, ich denke, dass gut noch 20 Metzger und im Verkauf könnten auch noch 30, 40 junge Frauen und Männer in unserem Beruf einsteigen. Was glauben Sie, sind die Gründe dafür, dass immer weniger Jugendliche dieses Handwerk lernen wollen? Vielleicht ist ein Problem, was manche junge Menschen zurückschrecken, dass man sagt, das ist einfach das Image dieses Berufes, das ja oft so dargestellt wurde, dass es immer kalt und nur mit Blut und so. Das sind die Klassischen, wenn sie mal im Fernsehen gucken und wir kommen da dran. Das ist ja immer negativ, wäre mir leider so dargestellt, was ja gar nicht der Fall ist. Ich denke gerade, wenn man jetzt halt in dem Bereich mit dem Barbecue oder das geht doch uns, ein Beruf hat sich da unheimlich gewandelt, aber dieses klischeehafte Bild hängt halt immer noch ein bisschen an.